Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Manuel aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es um Irreversible und weil der Film so kontrovers diskutiert wird und auch jede Menge Gesprächsstoff bietet, habe ich mir im Vorfeld hier einiges an Notizen gemacht. Ihr seht es hier, insgesamt drei Seiten voll mit meinen Gedanken und meiner Meinung und Eindrücken zum Film und weil das so viel ist, mache ich heute mal eine Ausnahme und möchte das dann stichpunktartig hier ablesen, damit ich auch nichts vergesse, denn es ist wirklich viel und auch einiges richtig Spannendes mit dabei. Beginnen wir mit dem Titel, was bedeutet Irreversible überhaupt, zu deutsch unumkehrbar, nicht rückgängig zu machen und unaufhaltsam und genau so kann man den Film eigentlich auch ganz gut beschreiben. Der Film stammt aus dem Jahre 2002, hat eine Lauflänge von 97 Minuten und eine Freigabe ab 18 Jahren. Regisseur war Gaspar Noé, der unter anderem 1998 schon Menschenfeind gemacht hat, aber zuletzt auch wieder mit Climax und Lux Eterna für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt hat. Monika Bellucci spielt hier die Alex, sie kennt man aus diversen Filmen. Ich denke, zu ihr muss man nichts großartig sagen. Unter anderem hat sie gespielt in Tränen der Sonne mit Bruce Willis oder aber auch Passion Christi. An ihrer Seite haben wir Vincent Carsell. Zu der Zeit, als Irreversible gedreht wurde, 2002, war das der Ehemann von Monika Bellucci, also auch im echten Leben. Zweiter Ehemann, mit dem sie aber länger liiert war und mittlerweile auch dann zwei Kinder gezeugt hatte. Ihn kennt man aus Lahain, Hass oder die purpurnen Flüsse oder eben auch Pakt der Wölfe. Dritter im Bunde wäre dann Albert Dupontel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er spielt den Pierre. Diesen Schauspieler kennt man hauptsächlich aus französischen Produktionen. Er ist auch ein französischer Regisseur und Drehbuchautor. Ja, das Leben ist grausam, brutal und ungerecht, habe ich mir hier als kleine Einleitung für eine Inhaltsangabe notiert. Viel möchte ich über den Film so vorweg nicht erzählen, aber manchmal passieren eben normalen, guten und sympathischen Menschen grausame Dinge und es verselbstständigt sich etwas, was man vorher für unmöglich hielt. An dieser Stelle möchte ich ganz klar noch eine Spoilerwarnung aussprechen. Es kann zu leichten Spoilern kommen. Wir gehen die Handlung nach und nach durch, aber ich werde jetzt natürlich auch nicht eher das Einzelne im Detail hier aufdecken und klären. Dennoch mal an dieser Stelle für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, eine kleine Spoilerwarnung. Ich habe mir den Film gekauft, weil er mir aus der Community empfehlen wurde und habe dann aber auch den richtigen Moment und die richtige Stimmung abgewartet. Denn Irreversible ist ein Film, den man jetzt nicht so einfach an einem verregneten Sonntagnachmittag anguckt. Wenn man sich einen Film wie Irreversible anguckt, sollte man zumindest im Ansatz wissen, worauf man sich einlässt. Ich war sozusagen deshalb auch vorgewarnt. Wie intensiv und wie abstoßend man Irreversible findet, das liegt unter anderem natürlich auch an den eigenen Sehgewohnheiten, wie viele Filme man denn mit dieser Thematik schon sich angesehen hat. Und je nachdem, ob man eben vermehrt schon Rape und Revenge Filme gesehen hat oder etwas härtere Filme und nicht nur Rosamunde Pilcher, wird man den Film natürlich unterschiedlich intensiv empfinden. Irreversible ist ein Rape und Revenge Film, bei dem nicht das Opfer selbst Rache nimmt, sondern ihr Freund bzw. Ehemann. Dennoch dürfte der Film selbst den hartgesottenen Genre-Fans unter die Haut gehen, aufgrund seiner sehr realistischen Darstellung von brutalster grafischer Gewalt, aber auch seinem einfachen sowie kompromisslosen Drehbuch, den düsteren Settings, der abwechslungsreichen sowie geschickten Kameraarbeit und den bis in die kleinste Nebenrolle überzeugenden Schauspielen. Der Film ist aufgeteilt in drei Teile. Jeder Part dauert knapp über 30 Minuten. Die Filmhandlung läuft in umgekehrter Chronologie ab. Nicht neu, aber für Fans eben von Filmen wie Memento von Christopher Nolan zumindest mal einen Blick wert, sofern man denn nicht allzu zart beseitet ist. Das muss man definitiv an dieser Stelle natürlich auch sagen. Wir haben eben den Beginn vom Film, dem letzten Drittel, so zu sagen. Da beginnt es mit den Credits. Die laufen auch von unten nach oben und verschieben sich dann langsam. Die Kamera dreht sich und genauso dreht sie sich dann rein mittens ins Geschehen. Wirkt ziemlich skurril, so wie auch die allererste Szene. Eine Unterhaltung zwischen einem älteren Mann und einem jüngeren Mann. Der ältere Mann sitzt nackt auf dem Bett und spielt sich noch an den Eiern darunter. Der andere jüngere Mann orniert auch. Die unterhalten sich darüber, dass der ältere Mann zuletzt im Gefängnis saß, weil er Sex mit seiner Tochter hatte. Für den jüngeren Mann ist das nichts Außergewöhnliches. Er sagt, du wolltest doch einfach nur Spaß haben. Aber die Gesellschaft verurteilt ja alles, was nur im entferntesten Sinne mit Spaß zu tun hat. Dann dreht sich die Kamera weiter und wir sehen, wie zwei Männer auf Tragen herausgetragen werden aus einem Club namens Rektum. Und dann dreht sich die Kamera aber auch direkt rein ins Geschehen, in dieses Rektum sozusagen. Und dann geht es richtig los. Wir sind im Film drin und immer wieder dreht sich die Kamera weiter. Wir sehen dunkle Bilder, wir sehen dreckige Bilder, sputzige Bilder, verabscheuungswürdige Bilder. Wir sehen Gewalt, wir sehen pornografische Darstellungen angedeutet, eben und auch Handlungen. Und wir drehen uns immer weiter in dieses Geschehen rein, in dieses Rektum. Man könnte meinen, die Welt ist aus den Fugen geraten und wir werfen jetzt gerade einen Blick nicht nur darauf, sondern auch direkt hinein. Und so sind wir dann Zeuge eines Geschehens und in einem Schwulenclub, deswegen auch der Name Rektum. Und hier, meine Freunde, ist es so dunkel und trist. Hier leuchtet garantiert kein Regenbogen. Die Musik zieht uns auch immer wieder weiter hinein und so bohren wir uns tiefer ins Geschehen und in diese Welt. Wir können nicht wegsehen und uns wird teilweise sogar schwindelig. Es war ja auch im Gespräch gewesen, dass einige bei der Premiere in Cannes den Film verlassen haben, weil sie mit dieser Kameraführung gleich zu Beginn zur Einführung nicht klargekommen sind. Wir drehen uns auf jeden Fall hier weiter, finden keinen Halt, kein Geländer, an dem wir uns mal kurz festhalten können, um uns zu stabilisieren. Und dann haben wir endlich etwas zum Greifen, einen Feuerlöscher. Doch was uns da dann gezeigt wird, das macht uns erst recht seekrank. Extremst brutalste und gewalttätigste Bilder, die uns hier aufgetischt werden, mit sehr realistischen und handgemachten Effekten. Man möchte sich am liebsten über die Reling beugen, um beim Thema seekrank zu bleiben und kotzen. Das muss man ganz klar so sagen, denn wenn ein Film dermaßen loslegt und man überhaupt nicht weiß, worauf man sich da eingelassen hat, dann wie gesagt kann ich das nachvollziehen, dass in Cannes da einige Leute schon den Saal verlassen haben. Das mittlere Drittel ist eigentlich Aufklärungsarbeit im Rotlichtmilieu. Kamera ist handheld gehalten und suggeriert uns, mitten im Geschehen zu sein. Jedoch wird sie nach und nach immer wieder etwas ruhiger. Es fallen viele schwulenfeindliche Sprüche, dennoch ist der Film weit davon entfernt, homophob zu sein oder sich über Schwule lustig machen zu wollen oder sie beleidigen zu wollen. Es ist einfach eine realistische Darstellung, wie es in diesem Milieu abgeht, wie dort gehandelt, gedacht und auch gesprochen wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, Männersache, würden die einen sagen, nichts für weicher, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Klar, dass dies in der heutigen Gesellschaft auf wenig Freude und Gegenliebe stößt, aber jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert auch anders und in diesem Falle zeigt man uns eben den kompromisslosen Weg von jemandem, der sich dazu entschlossen hat, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Dann kommen wir zur Vergewaltigungsszene, die wohl neben dieser Feuerlöscher-Szene am meisten diskutierte Szene des Films. Wir haben Monika Bellucci dann hier, die zum ersten Mal auftritt in dem Film und sie hat man ja schon in vielen Filmen gesehen, wo sie mit ihren weiblichen Reizen nicht geizte. So auch hier im ersten Drittel, wo sie eine Liebesszene, eine Sexszene mit ihrem Mann im Bett hat, eine leidenschaftliche Szene, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Und da ist sie eben mit ihren damaligen Ehemann Vincent Cassell zu sehen. Sie ist auch eine atemberaubende Schönheit. Selbst heute im Alter von über 50 Jahren sieht sie einfach immer noch absolut klasse aus, hat die Kurven an der richtigen Stelle und ist eben nicht so wie diese Hungermodels heutzutage, auf die sowieso kein Mann steht. Aber hier an dieser Vergewaltigungsszene gibt es absolut nichts, rein gar nichts. Was man mit irgendwie Erotik oder so verbinden kann, wie auch es ist eine 10-minütige Vergewaltigungsszene, eine brutale Vergewaltigungsszene, bei der sich der Vergewaltiger auch immer wieder noch selbst berauscht, indem er sich hier die in schwulen Kreisen beliebte und bekannte Droge Poppers reinzieht und dann immer mehr Gewalttätiger zustatten geht. Schafft man es allerdings, den Blick für einen kurzen Moment von diesem Geschehen abzuwenden, erkennt man im Hintergrund jemand, der während dieser Vergewaltigung zum Geschehen stößt, sich dann aber sofort umdreht und dann abhaut. Das kann man natürlich auch als Unterhalter, unterlassene Hilfeleistung interpretieren, lieber den eigenen Arsch retten. Auch das ein sehr realistisches Bild unserer heutigen Gesellschaft. Die komplette Vergewaltigungsszene in dem Korridor ist One-Take gedreht und kommt komplett ohne Schnitte aus. So grausam sie auch ist, muss man ganz klar festhalten, dass sie filmtechnisch sehr clever gemacht wurde und durchdacht wurde. Hier wurden sich Gedanken gemacht, wie kann ich das filmisch lösen, dass es immer härter und brutaler zu Werke geht und da auch, wo dieser Mann am Schluss noch richtig ausrastet und die Kamera nochmal richtig Fahrt aufnimmt und richtig drauf hält. Auch das ist komplett One-Take gedreht und wir sehen Monika Bellucci am Boden liegen, die immer mehr Tritte und Schläge abbekommt, bei der sich das Gesicht aber auch immer mehr verformt und sie auch immer mehr Blut im Gesicht hat und das alles ohne einen einzigen Schnitt. Also das muss man definitiv auch festhalten. Wie gesagt, alles kommt ohne Schnitte aus. Daran erkennt man, dass sich Gedanken gemacht wurde, wie der Ablauf dieses Geschehen ist und wie man solche Szenen löst. Es ist nicht einfach nur ein brutales Draufhalten und wir wollen jetzt einfach nur möglichst brutal schockieren. Moment, das kann man an dieser Szene auch sehr klar erkennen. Sie ist äußerst verstörend und brutal, jedoch handwerklich clever gedreht. Genauso clever auch wie die Übergänge zwischen den einzelnen Geschehen im Film, sodass alles nahtlos ineinander greift. wie aus einem Guss wirkt, ohne irgendwelche Anschlussfehler. Man will sich jedoch gar nicht fragen, wie oft diese One-Take-Szene wiederholt werden musste, bis sie schließlich im Kasten war. Interessant wäre es allerdings zu wissen, was sich bei dieser Szene die restliche Crew gedacht hat und allen voran ihr damaliger Ehemann Vincent Cassell, der das Ganze am Set bestimmt auch mit beobachtet hat. Auffällig ist hier bei dieser Szene, dass die Kamera ganz ruhig auf einem Stativ gehalten ist, bis zum Schluss eben, wo es dann auch mal eskaliert. Aber ansonsten bewegt sie sich nicht. Wir als Zuschauer sitzen ebenfalls fassungslos, wie paralysiert, da wir können natürlich nicht wegsehen und sind dem Gezeigten hilflos ausgeliefert. Natürlich könnten wir jetzt aufstehen und den Kinosaal verlassen, aber einige von uns möchten das durchstehen. Wir möchten das gemeinsam mit Monika Bellucci durchstehen. Auch wenn wir nicht helfen können, so lassen wir sie nicht alleine oder rennen irgendwie feige weg. Ob das jetzt Kunst ist oder Schund, muss die natürlich jeder für sich selber beantworten. Für mich ist dieser Moment kein sinnloser Gewaltporno, sondern ein unbequemer Blick auf die ungeschminkte Realität, die nur so ihre komplette Glaubwürdigkeit entfalten kann. Mir gefällt nicht, was ich sehe und ich bin schockiert, aber genauso abstoßend finde ich es, wenn im alltäglichen Leben Frauen geschlagen oder vergewaltigt werden. Vielleicht will uns der Regisseur damit sagen, dass wir nicht weiterhin die Augen vor solchen Gräulentaten verschließen sollen oder wegrennen sollen, wie zu Beginn der Szene diese Person im Hintergrund. Vielleicht will er uns sensibilisieren, solche Situationen bewusst wahrzunehmen und sich diesen dann auch zu stellen, sollten sie sich uns jemals irgendwie da wehten. Ich weiß auch nicht genau, was Gaspar Noé damit erreichen wollte. Allerdings muss man ganz klar sagen, Schaden kann es nicht, wenn man einmal wenigstens darüber nachdenkt. Kommen wir somit zum ersten Drittel und dieses Drittel ist sehr dialoglastig. Hier ist wenig Action zu sehen, speziell auch was Kamerafahrten betrifft. Die Kameraarbeit wird im kompletten Verlauf des Films, der ja rückwärts abläuft, immer ruhiger und ruhiger und ruhiger wild und voller Emotionen fängt sie an, sich zu drehen, was auch den Zorn widerspiegelt der Protagonisten und immer ruhiger wird es dann im Verlauf der Erzählung. Der Farblook und auch das Colorgrading wird hier immer farbenfroher und bunter und fällt auch immer bunter aus, vor allem in der letzten Einstellung, als wir Monika Bellucci auf der Wiese liegen sehen. Rückblickend betrachtet wird der Look und die Farbstimmung immer trister, wie auch das Geschehen, was unseren Charakteren passiert. Hier liegt das Augenmerk ganz klar auf die einzelnen Charaktere. Wir lernen die Hauptprotagonisten besser kennen, ihre Beziehung zueinander, was sie bewegt und motiviert. Alle drei Darsteller können unter Beweis stellen, was für tolle Schauspieler sie sind. Klar hat man das schon zu Beginn des Films, auch im Verlauf des Films gesehen, in diesen extremen Situationen, aber hier in diesen ruhigen Passagen können sie dann nochmal richtig glänzen. Wir empfinden Sympathie für sie, was wichtig ist, damit uns auch das Schicksal der Einzelnen nahe geht und auch packt und nicht mehr loslässt. Diesmal eben rückwärtig erzählt. Einige Kritiker werfen dem Film ja vor, dass die Charaktere zu eintönig sind und auch zu einfach gestrickt sind. Hier muss ich allerdings widersprechen, denn es sind Menschen wie du und ich aus dem alltäglichen Leben. Es sind keine super, mega reichen, intelligenten Ärzte oder irgendwelche Schlaumeier, die hunderttausend Bücher gelesen haben und alle paar Sekunden daraus irgendwelche schlauen Sprüche zitieren. Nein, sie sind einfach gestrickt, aber sie sind sympathisch. Mit ihnen kann man sich identifizieren. Sie sind eben wie du und ich und es muss dann auch nicht immer irgendwas total megamäßig Ausgewichtes an Charakteren sein. Nein, es sind Menschen wie du und ich und das macht das Ganze so greifbar und auch so real, aber leider natürlich auch so schmerzvoll für uns, so erdrückend. Eine der letzten Szenen im Film, die eigentlich so etwas Schönes zeigt, was sich so viele Menschen im Leben wünschen. So ein tolles Glück ist für mich eigentlich der größte Schlag in die Magengrube, ohne auch irgendwie nur im entferntesten Sinne eine Gewalt zu zeigen. Und das muss man ganz klar sagen, das muss man erst mal schaffen, das filmisch zu lösen und sowas in einem Menschen eben wie mir auszulösen. Es ist schon eine Kunst, kann man sagen, so eine Achterbahn an Emotionen beim Zuschauer auszulösen. Wut, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit. Wenn man sich darauf einlässt und wenn man etwas aushält, dann packt einen Irreversible vom Anfang bis zum Ende, wirft einen eben durch diese Achterbahn an Gefühlen und lässt einen lange nicht mehr los. Er ist provokant, er ist extremst brutal und verstörend, aber er ist auch clever und handwerklich super gemacht. Er regt zum Denken an und sorgt für jede Menge Gesprächsstoff, ohne einfach nur plump oder schockieren zu wollen. Und wenn ihr euch jetzt den Film nach meiner Kritik ansehen möchte, dann muss ich euch ganz klar sagen, guckt euch zuerst diesen Original-Kino-Cut an, nicht den Straight-Cut, der alles chronologisch richtig erzählt, sondern guckt euch den Film an, so wie er vom Regisseur gedacht ist, denn nur so kann er seine komplette Wucht entfalten. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Movie Lou, Jackie Strange, Juggle 09, Der Filmfloh, Stanlis Filmzimmer, Jürgen B. 1969, Ronny Kaiser, Movie Riese und Nightmare Production.